Hallihallo meine lieben und herzlich willkommen zurück zu tell me why wir müssen sich mal auf was ansprechen tessa unser schichtplan und der von michael also nur zwei angestellte oh no thanks i'm good i'm just looking for something that i forgot what's this doing here pelikan ah sie ist der pelikan tessa ist der pelikan und sam war der bär mit sicherheit und dann fragen wir doch mal die gute tessa is there something i can do for you so what are you doing there oh just inventory guess i'm lucky i had the day off huh yes what a lucky coincidence earlier you said marianne kept everything to herself but you two had a big fight a few months before her death didn't you we argued all the time you'll have to be more specific this wasn't about who cheated at canasta this was intense you locked yourselves in the office so we couldn't hear i'm sorry it was a long time ago now i was in the middle of something okay we'll leave you to it damn it i think she knows more than she's letting on a duh but there's no way to nail her down when we don't even know what we mean if we could pinpoint what it was about she'd be out of excuses sure but how do we do that the music was too loud to make out what they were saying marianne and tessa were obsessed with that song it was on all the time what are you thinking we've been getting these visions whenever we see or hear something really emotional maybe listening to it will trigger something you may be onto something here ronan we can't go back to her with anything half-assed we should go talk to tom make sure we build as strong of a case as possible okay let's see if we can figure out what song it was can you believe tessa and tom were ever young i heard that i may have a little less going on in the hair department but you should see the rest of delos high class of 81 fair enough nine hey tom there's something i can help you with hmm erinnerst du dich an dieses lied an dieses eine lied this might be a weird question but do you remember the song that tessa and marianne used to love they played it all the time how could i forget i think she's still got the cd back here a little worse for the wear of course hold on huh here it is i was happy when it got put away to be honest a bit cheesy for my tastes this is it right i think so i think so i think so i'm glad Ja. Should we check this one out? Mom, stop! That's so embarrassing! Oh, yeah? Tessa, come join me. I know you love this song. No, I couldn't possibly. Some of us are actually trying to get work done here. I forgot how carefree she could be. Yeah. What the hell happened? Do you think there is more memories lurking around? I don't know. We'll see. The kids keep pestering me for these candies. But they're so expensive. I'll just grab a bag. It's fine. Oh, no. I can't, Tessa. It's nothing. Okay. But write it down in your little notebook. Okay, okay. Whatever you want. There. Happy? Yes. And I'll be by on Wednesday to help you close. Like I promised. Tessa acted like she was Mariannes Mom sometimes. I think you mean, Tessa was self-righteous and treated Marianne like a charity case. She was trying to help. We should go find that notebook she was holding. Pretty sure I saw one mark 2004 in the office closet earlier. Yeah, I had it yeah, she found it. Yeah, I had it yeah, she found it. Yeah. I had it yeah, she found it. Yeah. What are you doing here? I thought you needed help with the store. I needed help two hours ago. Have you been drinking? What? No. I just had a day, okay? I took a pill. I'm fine. There he is. I said I'm fine. Kids come on, let's go. Wait. Please. I have something. Take a look at this when you get home, okay? They can handle this confusion. I've been working with these people for years. They can help. Mm-hmm. What do you think that pamphlet was Tessa gave to Marianne? I don't know. I saw it in Marianne's room. It had a creepy vibe, but I didn't think much about it. It was bad though. Like maybe conversion therapy bad. I'm sorry. Whoa. This is true. I want to know how Marianne felt about it. And we need to hit Tessa with some heart proof. I have the whole time so a Rauschen here. Okay, that was it with the... ...Erinnerungen. Oh, we have here. We have here. What? Tessa? Is it okay if I run a quick Google search? My phone is dead. Sure, but make it quick. I'm going to need the computer. Oh, we have... So. Barbara... Der Elefant im Raum. Von wem sind wir? Barb, man hör... Der Elefant im Raum. Ihr wisst, dass ich ungern schon wieder mit dem Thema anfange. Aber Lisa ist schon wieder nicht zu den Proben gekommen. Sie war seit Wochen nicht da. Ich weiß, dass sie auftritt als Danny Boy bei Karls Beerdigung und uns alle tief berührt hat. Aber was bringt eine schöne Stimme, wenn jemand nicht in der Lage ist, jede Woche pünktlich zu erscheinen, wie alle anderen auch? Ich finde, wir sollten den Winterweil ohne sie planen. Was meint ihr, Barb? Nur zu den Tag. Robin Williams. Ja. Robin Williams. Großartiger Mann. Okay, danke sehr. Hey, Tessie. Ich bin... Ah, wir lesen Tessas Mails gerade. Ich bin gerade von meinem Arbeitsurlaub zurückgekommen und die Mädchen lagen wie kleine Welpenfriedig schlafend im Bett. Adrian meinte, sie waren total gut drauf, als er sie von dir abgeholt hat. Und anscheinend hast du sie dazu gebracht, Karre, Karre Eintopf zu essen. Karre, Karre Eintopf zu essen? Zu welchen Heiligen... Ups, hallo. Na? Zu welchen... Achso, da ist es. Zu welchen Heiligen hast du gebetet, dass dir das gelungen ist? Haha, sie haben den ganzen Vormittag von ihrem Campingausflug mit Tante Tessa erzählt und wie viele Smaores sie gegessen haben und wie viele Käfer sie gefangen haben. Ich weiß nicht mehr, wann sie das letzte Mal beide gleichzeitig so glücklich waren. Normalerweise ist immer eine froh, während die andere weint. Ich weiß, du hast viel zu tun mit dem Laden und mit den Vorbereitungen auf dein Leben als Frau des Bürgermeisters. Dank, dass du dir Zeit für sie genommen hast und tut mir leid, dass ich sie auf den letzten Drücker gebracht habe. Du weißt ja die Arbeit. Die Mädchen sagen, wir lieben dich, Tante Tessa. PS, du und Tom solltest mal zum Abendessen kommen. Adrian will ihm unbedingt das neue Medizinzimmer zeigen. Dann sind die zwei beschäftigt, während wir in der Küche Wein trinken. Deine kleine Lieblingsschwester... äh... Notorio oder so, ne? Nicole, denke ich mal, heißt sie wirklich. Okay, äh... Samartian. Ihre Bestellung wurde versandt. Hallo, vielen Dank für ihren Einkauf. Ihre Bestellung. Knoblauchschäler. Küchenwerkzeug wurde versandt. Vorsicht, Lieferung... Nööö. Das ist un... Bund für... Warte, was? Ist das, was sie für Tyler rekommendete? Ich weiß nicht, was zu sagen. Entschuldigung, Tyler. Ja. Mal sehen, wie Tessa das auslöst. Okay, Bund für traditionelle Familien. November Newsletter. Aha. Talk mit Dr. Weidmore ansehen. Ein Gottesplan für die Sexualität. Aha. Ähm... Zehn christliche Zitate voller Kraft, die dein Leben verändern werden. Leitfaden für Eltern zur Vorbeugung von Homosexualität. Jugend kämpft für Tugendstrebende seit 20 Jahren. Jetzt Aufnahme für 2015. Mhm. Äh... Linda schreibt, bringt eine einmalige Chance. Was, wenn die Regierung Ihnen bis zu 10.000 für ihre Schulausbildung zahlen würde? Kein Darlehen, keine Rückzahlung, dieses ist kein Trick. Nehmen Sie diese Nachricht ernst. Blablabla... Ne. Ist uninteressant. Aber wir haben was herausgefunden. Nehme ich das mit dem Camp. So, und wir brauchen das Buch. Oh... Oh... Nein, danke. Ich bin gut. Ich schaue nur etwas, das ich vergessen habe. Ah... 2004. Irgendwas interessantes? Ähm... Momentchen. Ähm... Äh... 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 Elia. Eine Puppe. Kleine. September. Abbezahlt. Das ist unwichtig. Könnte man ruhig ein bisschen besser aufschreiben. Erik B. Äh... Abbezahlt. Oh. Man muss so machen. Und wieder so. Marianne. Marianne. No show. It looks like Marianne started flicking on her debt in October 2004. Five months before. That night. I think we've seen enough of them. Yeah, we've got a good sense of what went down. Let's talk to Tessa. Oh... Mary L. April 50 für Benzin abbezahlt. Mai 37 Einkommen für plus 30 neue Jacke für Allison abbezahlt. Im Laden geholfen. Juni 21 abbezahlt. Abbezahlt. Wassmaschinenrepertur nicht gekommen. November äh... 55 neue Schuhe für die Kinder. Check platzt. Ah, dann fing das an. Und zwar... Ab Oktober. Ähm... Dezember nicht gekommen. Kein Rückruf. Januar nicht gekommen. Was are we waiting for? Let's go talk to Tessa. Ja, sehr gut. Wollt ihr jetzt erstmal hier, ne? Dann sprechen wir sie mal nochmal drauf an. Is there something I can do for you? We're back. With details that should help your memory. Oh, really? Yes, really. We were buying groceries, and then you, you stormed in threatening to call in debts and demanding that Marianne talk to you. It turned into an argument. So you guys went into the office and blasted that song you used to dance to all the time. Call in debts? I never. Like I'm some kind of lone shark. When did this supposedly occur? Well, our memories don't exactly have timestamps. I can't be expected to take these accusations seriously if you can't even recall basic details. Ach, die haben wir. Keine Sorge. Oktober habe ich gerade vorgelesen. Oktober 2004. That was when she stopped trying to pay her debts, right? Yes. I don't know why. She always found a way to pay before that. But we never argued about money. I was frustrated, but you can't squeeze blood from a stone. Yeah. We didn't think you guys were arguing about money. We know you support the Alliance for traditional families. And that you gave her the pamphlet about their camp. What camp? The virtue seekers youth camp. It was conversion therapy. You told her that Tyler should go there. I... Um... I... Look, you've clearly decided I'm Judas. Just like Marianne did. But I was trying to help. Tyler, she told me she'd been struggling with you. And I'd heard such good things about that camp. You told her to send her child to conversion therapy! Do you know what they do to kids in those places? I do. Now... And how did Marianne take your helpful suggestion? Badly. She wanted to... Let you be whatever perfect little butterfly was in that cocoon. And yes, we argued about it. So she was cool with who I was? She was more than that. She loved you. Listen. I don't mean to be rude, but I really do have a lot on my plate today. Okay. We'll get out of your way then. Thanks, Tessa. Can we grab our groceries? Michael already put them in your trunk. Okay. Thanks. Bye, Tom. See you later. What do you think? I'm just trying to wrap my brain around all that. I can't believe you got Tessa Vecchi to talk about the past. Bravo. Yeah. And Marianne, she had my back. It really doesn't change much, right? She was still fucking crazy. She still tried to kill me. But knowing she was trying to protect me... Before whatever the hell happened that pushed her over the edge... It feels good, Allison. Hey. Look at me. You are allowed to feel however you were feeling about this. God, I could use a smoke. You're speaking my language. What? Sorry. I'm just... Thinking about what this means. Yeah. Me too. Ich frag mich eher, warum keiner sich ne Zigarette anzündet, wenn sie da Lust drauf hat. He knew Marianne pretty well and he was in charge of her case. Did he ever mention anything about the investigation to you? No, I... Never asked. And I'm sure he thought I was better off not knowing. I guess that might have made for some awkward dinner conversation. Exactly. But I mean, he's a good cop. Thoreau. I'm sure he's got something. Let's go. He mad at me. I... Die sagen beide, sie haben Bock auf ne Zigarette, aber keiner zündet sich eine an. Genial. Volles Geständnis. Yay. So, der Sheriff, der ihn eingebuchtet hat und gleichzeitig aber auch sie adoptiert hat. Bin mal gespannt. Das ist ziemlich bleak. Es ist meistens eher crowded. Aber die anderen Officers punch out at 6 o'clock sharp. Da ist kein crime nach 6? In den meanen Streets of Delos Crossing? Just bears und drunken disorderlies. Und die spielen wieder Alison. Okay. Er ist ein lokaler Held. Komm. Justin Beaver ist nicht creepy. Er ist Delos Crossing's longest-serving officer. Justin Beaver. Okay. Well, should I decide the wild world of accounting isn't for me? Uh, can't really picture you in the uniform. Really? I think I could pull it off. 100% college tuition paid? Damn. Maybe I should have joined the National Guard. Beats having your credit card stolen by an online college. Too soon, Tyler. Too soon. Ugh. That's still not cleaned up? Assholes. I wonder if the black oyster catchers were still nesting during this bill. God, I hope not. Too little, too late. Okay. Ähm. Da ist noch was. Okay. Auch nichts wichtiges. Justin Beaver einmal angucken. Ich bin das Gesetz. Ah. Ah, supi, ey. Restroom ist... Nicht übersetzt. Ich bin das. You spend a lot of time here growing up? Yeah, whenever Eddie was working. The whole precinct's basically family. Hm. It's freezing in here. Remember Mr. Haynes? Vaguely. He had that workshop in his garage, right? Made those huge glass sculptures? Yeah. He's been missing for a couple months. Damn. Always liked his art. They never did find him. This happened when we were kids, right? Yeah. Marianne freaked out and wouldn't drive after dark for a few weeks. Wie gesagt, einfach stoppen und selber lesen. Ich lese nur die wichtigen Sachen vor. Mr. Brown went missing on a snowmobile trip? Yeah. I thought you were still here when it happened. I don't remember it. Ähm. Hintenverlegung. Alles wieder so und... Also es ist halt nicht... Ich lese ja halt nur... Oh, Greggs. Just leaving this out on display again. Oh, Greggs. Like Officer Greggs? The one who was with us that night. Yeah, he's still here. He became a bit of a local celebrity after nabbing a murderer from Juneau. The guy was hiding out on a fishing boat and got really, really sick after eating out of the chum bucket. So it was actually a pretty easy takedown. It's so, da brauchst du da nur einmal ruckeln, Mensch. Eddie must have locked it already. Ich lese ja halt nur die wichtigen Dinge vor und alles andere müsst ihr stoppen und selber lesen. Man, they are never gonna catch this guy. What exactly did he do? Wegen dem Briefkastendieb, vergiss es. Ich mach einfach das. Briefkastendieb. This guy keeps stealing out of people's mailboxes. Asshole snagged a box of fancy washi tape by ordered online. Ah, see, I was picturing an actual mailbox bandit. You know, like hopping around on a post with a little mask on the door. Huh? You know, the mailbox is the bandit. Sorry, it was a bad joke. Ah, Kurois ist im Briefkasten, ja, aufgebrochen. Das könnt ihr selber lesen, hier. Das ist für mich jetzt nicht wichtig. Kann ich da auch reingehen? Mein Gott, alles abgeschlossen. Ich hab ne Erinnerung. Und zwar da drin, ne? Das ist Denise Wilson's Desk. Erinnerst du sie? Äh, Crazy D? Die Frau, die Feuer zu ihr Exes' Trailer? Wahrscheinlich Feuer zu Feuer. Sie wurde verabschiedet. Und das ist Officer Wilson zu dir. Hm. Warum sind sie so familiar? Schlittenhunderin? Sie ist ziemlich cool, ein bisschen verrückt. Sie ist ziemlich cool, komm. Adiderod. Ah, die Leute. Und sie hat eine Fantasy League called Mushers Little Helpers. Es ist wirklich cool. Man. Ich habe vergessen, welchen kooky Sch*** die Leute hier sind. Hey, now. Ich bin in der League. Erinnerst du das, Fella? Keine Chance. Ist das Jet? Ja. Er, äh... Er hat letztes Jahr erinnert, sich zwischen D und einem Beeren. Oh, nein. Verdammt. Puh, D. Wir können was schreiben? Hinterlasse eine Nachricht, zeichne einen Hund. Hinterlasse eine Nachricht. Hunde kann ich nicht zeigen. Hoffentlich ist das nicht wehrer aus. Was haben wir geschrieben? Hi, Denise. Danke für deine Hilfe beim Reifenwechsel. Der Reifen ist cool. Oh, nein. Es war ihr Geburtstag. Das war gut, Dumb-Dumb. Das war gut, Dumb-Dumb. Oh, mein Gott. Das ist das Kürbeste. Es ist Kürbeste, aber nicht sagen Sie, Sie haben Baby Fever. Eww, nein. Wir haben einen Schlüssel gefunden. Könnte man nicht jetzt einfach unterschreiben? Kann man den Schlüssel nicht mitnehmen? Ne, kann man nicht. Ach, die beiden sind so nett. So, das Büro von ihm ist ja oben. Versuchen wir es hier nochmal. Oh. Achso, irgendwas ist im Weg, okay, gut, 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 gut. Aber wir haben jetzt hier noch eine Erinnern-Rum. Ich versuch's nochmal. Okay, meine Lieben, ich muss jetzt eh Schluss machen und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.